Hi, ich bin Vanessa, ich bin die Neue auf dem grünen Sofa und ich erkläre euch heute, was Rentenfonds sind. Direkt vorweg, der Begriff Rentenfonds hat nichts mit einer normalen Rentenversicherung zu tun. Vielmehr wird bei diesem Fondtyp das Fondkapital ausschließlich oder überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie zum Beispiel Anleihen oder Pfandbriefe. Das war's zum Thema Rentenfonds. Hier findet ihr unser letztes Video und folgt uns auf unseren Social Media Kanälen Facebook, Twitter und Snapchat.